Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen beim Kryptomagazin heute zum Video KuCoin-Erfahrungen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Video jetzt mal zu machen, weil ich bislang ja nur über den Spot-Grid-Trading-Bot geredet habe, ich aber mal eine Gesamtübersicht über die Plattform geben will. Das hat auch damit zu tun, dass wir einen neuen Partner haben, was das Thema Redaktion angeht beim Kryptomagazin. Und dieser neue Partner wird dann quasi auch gemeinsam mit diesem Video einen Artikel verfassen, der die Plattform ein bisschen vorstellt. Ich möchte sehr ausführlich auch meine Meinung zu den unterschiedlichen Funktionen geben, damit ihr mal Übersicht habt, was kann die Plattform. Ich muss sagen, das ist eigentlich eine der coolsten Plattformen meiner Meinung nach im Kryptospace, was die Funktionsweise angeht. Es bietet sehr, sehr viele Funktionen, die ich für mich nicht nutze, weil ich sie selber programmiert habe. Also ich habe eigene Rebalancing-Systeme programmiert oder eigenen Trading-Bot. Aber für die Leute, die das nicht können, ist die Plattform wirklich cool und bietet nette Funktionen. Die Plattform selber hat eine App, die würde ich auch nutzen, wenn es darum geht, alle Funktionen nutzbar zu machen. Nicht alle Funktionen der Plattform gibt es schon auf der Website. Viele davon gibt es auch nur auf der App. Das mal vorab. Vielleicht auch gleichmals vorweg ein paar Infos über das Unternehmen. Das Unternehmen sitzt auf den Seychellen, wurde 2017 gegründet und hat jetzt ungefähr 10 Millionen Nutzer. Es sind 207 Länder und das hat auf jeden Fall einen spannenden Aspekt. Auf CoinMarketCap ist KuCoinShares auch sehr weit oben in den Top Ten. Das heißt, die Plattform wird immer relevanter und ich merke das auch in meiner eigenen Art, wie ich sie benutze. Ich habe ja diese Moon-Challenge, also diese Moon-Coin-Geschichte und immer mehr Coins, gerade von den Altcoins, die ich spannend finde, finde ich auf KuCoin. Und deshalb, ihr werdet da auf lange Sicht nicht drumherum kommen, wenn ihr irgendwie Altcoins tradet oder eben kleinere Coins haben wollt, ist teilweise KuCoin wirklich eine der wenigen guten Börsen mit guter Liquidität, um sozusagen hier das zu nutzen. Das Unternehmen hat keine EU-Lizenz, ganz wichtig. Ihr müsst auf jeden Fall darauf aufpassen, dass ihr, wenn ihr hier große Funds drauf gebt, dass ihr ein gutes Risikomanagement habt und ich werde immer vorsichtig bei Unternehmen, die keine Lizenz haben. Aber trotzdem, ich finde sie trotzdem cool. Ich nutze sie selber für meine Altcoins. Sie bietet kein Social Trading, wie jetzt zum Beispiel PrimeXBT, was ich vorgestellt habe, aber dafür viele andere coole Funktionen. Lasst uns aber direkt loslegen, damit wir mal eine Übersicht schaffen darüber, was die Plattform kann und dass ihr mal seht, was für Funktionen es gibt. Vielleicht von der Navigation her, fangen wir mal rechts oben an. Es ist so, es gibt verschiedene Wallets. Das ist zur Sicherheit, zum Beispiel, wenn ihr Coins im Trading Wallet habt, könnt ihr damit traden. Im Margin Wallet, logischerweise, könnt ihr Margin Trades machen und im Future Wallet könnt ihr eben Futures und Optionen handeln. Bei Futures ist es halt so, und bei Margin, da könnt ihr halt hohe Verluste machen. Im normalen Trading, da könnt ihr halt maximal das verlieren, was ihr habt. Und deshalb ist es abgegrenzt. Das heißt, eure Funds, eure Coins, die ihr im Main Account habt, und selbst wenn ihr im Margin Account massiv Verluste macht und auf Null geht, geht eure Balance vom Main Account nicht weg. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt hier eure Funds eben risikotechnisch gestaffelt. Ihr könnt maximal das verlieren, was ihr im Futures Account habt beim Future Trading und maximal das verlieren, was ihr im Margin Account habt beim Margin Trading. Deshalb müsst ihr auch, das ist ein bisschen nervig, aber man muss es halt machen. Wenn ihr traden wollt, müsst ihr halt vom Main Account die Funds in den Trading Account rüberschieben. Wir können da mal kurz drauf gehen. Dann seht ihr das. Und dann kann man hier zum Beispiel sagen, Transfer. Und dann geht man her und wählt einfach den Coin aus hier. Und sagt, wie viel man transferieren will. Und dann sagt man Confirm. Und dann verschiebt man so kostenlos die Coins in die verschiedenen Accounts. Dann gehen wir mal wieder auf die Startseite zurück und gucken uns mal an, was wir auf der Startseite sehen. Auf der Startseite sehen wir hier immer so verschiedene, ich sage mal, Aktionen. Ich habe jetzt selber bei den Sachen noch nicht mitgemacht, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber teilweise sind hier richtig coole Sachen. Hier kommen Listing Announcements. Hier kommen Gewinnspiele, Projekte. Also damit kann man sich viel beschäftigen. Die Plattform gibt sich mega Mühe. Um da irgendwie auch spannende neue Inhalte und neue spannende Themen zu bieten. Ansonsten, was ich auch gesehen habe, war das Thema New Coins. Das ist auch mega spannend. Ihr seht hier, was hier teilweise abgeht. Hier werden neue Coins gelistet. Die neu auf die Plattform kamen. Mit noch jetzt, ja, neue Listings. Eben mega spannend. Sehr übersichtlich. Direkt auf der Startseite. Und bei Top Gainers seht ihr halt die Coins, die am meisten performt haben. Ähnlich wie bei CoinMarketCap sieht man quasi hier die Top Coins. Genau. Dann hier sieht man ein bisschen Übersicht zur Börse. Nicht so wichtig. Lass uns direkt weitergehen. Die Börse hat einen API-Service. Also ihr könnt auch eine Schnittstelle, dann Bot programmieren und so weiter, um dort zu traden. Ihr könnt hier Promotions kriegen. Das heißt, wenn ihr euch beispielsweise über einen Affiliate-Link anmeldet, könnt ihr hier auf Promotions gehen. Und dann seht ihr hier verschiedene Aktionen. Das sind die auf der Startseite. Ihr habt aber auch ein Reward-Hub. Das ist die Geschichte. Darauf wollte ich euch hinaus. Genau. Auf den Reward-Hub, da seht ihr Bonусse. Die kriegt ihr quasi, wenn ihr zum Beispiel depositet, also was hintransferiert oder wenn ihr irgendwelche Funktionen nutzt, hier oder Spot Trading, tradet mehr als 200 Dollar Volumen, dann kriegt ihr 2 US-Dollar geschenkt. Und so könnt ihr euch mit den Funktionen hier eben ein bisschen was dazu verdienen, tradet was mehr als 500 US-Dollar im Trading, Margin Trading, kriegt ihr nochmal 2 Dollar, Futures Trading und so weiter. Also nicht schlecht. Auch hier bei den Trading Bots, irgendwie macht ein Volumen von 200 Dollar irgendwie im Trading Bot und dann kriegt ihr 2 US-Dollar. Ihr könnt es euch dann claimen, also einfach Knopf drücken, draufkriegen, dann kriegt ihr das einfach gut geschrieben. Dann könnt ihr damit traden und eben auch eure Funktionen hier nutzen. Also ich finde es nicht schlecht. Also erstmal vorab, wenn ihr also reinkommt, euch registriert, ich empfehle den KYC zu machen. Ich habe den auch gemacht und danach direkt hier ins Reward-Hub und gucken, was könnt ihr machen, um ein bisschen eben Bonусse zu kriegen. Das teilt sich hier in Registrierung auf, Deposit, Trading und Learn. Und das ist das Nächste. Hier gibt es dieses Learn to Earn. Ihr könnt also hergehen und sagen, okay, ich finde es cool, für 0,14 Cent gucke ich mir das Video an und danach kriege ich eben einen Bonus. Also auch nicht schlecht für Leute, die ein bisschen Zeit haben und Spaß daran haben, die Plattform so ein bisschen zu erkunden. Das ganze System hier, Learn to Earn, ist nicht irgendwas, wo man stumpfsinniges Zeug macht, sondern wo man wirklich nochmal gezeigt bekommt, und wie funktioniert die Plattform. Das heißt, die Plattform gibt euch ein bisschen ein Incentive dafür, dass ihr euch mit der Plattform beschäftigt. Und damit hat es sich noch nicht. Ihr seht, wie viele Incentives hier gehen. Also eigentlich eine ganz coole Sache, um die Plattform kennenzulernen. Es gibt noch hier Challenges. Hier gibt es dann Sachen, die man halt auch machen kann. Trade A&M to unlock up to 10 Dollar USD Reward. Das heißt, wenn ihr quasi hier tradet, dann könnt ihr hier auch Rewards bekommen. Also das sind zum Beispiel so Sachen, die ich cool finde bei einer Plattform, wenn die halt solche Features halt haben. Okay. Dann gehen wir mal rüber zum Thema Buy Crypto. Ihr könnt hier dieses Fast Trade machen. Fast Trade ist im Prinzip direkt mit Visa oder Mastercard oder SEPA oder hier ADV Cash. Könnt ihr hier direkt kaufen, Kryptos, direkt per Sofortbezahlsystem sozusagen oder per PayPal. Also mega cooles System. und die anderen Sachen habe ich jetzt selber noch nicht genutzt. Da kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich sage nur, coole Funktionen auf jeden Fall, um mal schnell Kryptos einzuzahlen. Die Gebühren, darauf gehe ich noch ein. Gebühren für all die Wicht, alle Funktionen, findet ihr immer unter Fees hier unten im Futter. Ich klicke mal drauf und ihr kriegt hier immer eine Übersicht von allen Gebühren. Also von allem, was ihr für Level haben müsst. Ihr könnt hier, das hängt auch von eurem Handelsvolumen natürlich wieder ab. Und da gibt es eben Infos zu Futures, Depositgebühren und so weiter. Also ihr kriegt hier quasi wirklich alle übersichtlichen, alle Gebühren in der Übersicht. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Das also mal zum Thema Einzahlen. Übersichtlich einfach, ich finde es nicht schlecht. Jetzt gehen wir auf Markets. Wie ich schon gesagt, KuCoin bietet eben verschiedene Spot-Markets an. Ihr seht hier USDT-Markets. Hier seht ihr alle. Ihr könnt ihr jetzt filtern, wo ihr sagt, okay, ich möchte nur die Bitcoin-Markets haben, also die Währungspare, die ich mit Bitcoin kaufen kann. Ich möchte hier USDT-Markets haben und so weiter. Oder ihr könnt auch sagen, welche Supporten, also welche unterstützen Margin Trading, also bei welchen könnt ihr mit Hebel kaufen oder Short gehen. Das ist eine coole Sache. Sehr übersichtlich und einfach. Ihr habt auch einen Futures-Handelsplatz. Das heißt, ihr könnt sogenannte Future Perpetual Trades machen. Ihr könnt also mit einem Hebel traden. Ich würde davon abraten, wenn ihr keine Erfahrung habt, traden mit Hebel. Sollten wirklich nur die Leute die Erfahrung haben, die wissen, wie das funktioniert. Und hier seht ihr wieder die New Listings, da seht ihr wieder die neuen Coins, die hier gelistet wurden. Neue News hier und Hot. Also mega coole Geschichte. So. Dann gehen wir weiter zu den eigentlich coolen Sachen, zu denen ich euch zeigen wollte. Und zwar, wir haben hier Spot Trading. Das wisst ihr, was hier ist. Ihr könnt mit Spot Trading halt Coins kaufen oder verkaufen. Mit Margin Trading könnt ihr eben mit ein bisschen mehr Leverage kaufen. Das heißt, ihr könnt euch Geld leihen, um euch Coins zu kaufen. Dafür zahlt ihr dann aber laufend Zinsen. Müsst ihr euch gut überlegen, ist ein Risiko. Ihr könnt liquidiert werden. Deshalb empfehle ich das nur Leuten, die wirklich Ahnung haben. Und beim Trading Bot, da habe ich ja schon gezeigt, da nutzen wir gerade den Spot Grid Trading Bot. Das testen wir ja gerade in einem Test. Ich switch heute nicht in den Bot. Da machen wir mal ein Extra-Video zu den aktuellen Erträgen. Dann der Futures Grid. Der Futures Grid Bot ist ein Bot, bei dem ihr jetzt halt Futures handeln könnt. also heißt hebeln und long und short. Das heißt, ihr könnt auch gegen den Markt wetten mit dem Bot. Das Smart Rebalance und das ist eigentlich eine richtig coole Funktion. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr das noch nicht habt, googelt mal Smart Rebalancing oder Rebalancing. Wenn ich hier auf Create Bot klick, sehe ich, hier seht ihr ein Portfolio. Das hat hier jemand angelegt. Dem folgen 1231 Leute. ist ein Balancing, das versucht sozusagen, ich mache mal kurz Create Now, das versucht diese prozentuale Konstellation an Coins immer zu halten an Gegenwert in US-Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme 1000 Dollar, dann würde er 350 Dollar in Bitcoin, 330 Dollar in Ethereum und so weiter. Und dieses Portfolio wird eben gerebalanced. Das bedeutet, wenn der Markt sich verändert, Konse steigen, dann wird das reallokiert. Wichtig bei solchen Rebalancing Sachen, das kostet Geld. Das heißt, jedes Mal, wenn rebalanced wird, ja dann entstehen Gebühren. Dennoch ist es eine ganz coole Sache, weil beim Rebalancing sorgt ihr dafür, dass Coins, die sehr, sehr gut steigen, eben billig Coins kaufen, die nicht so stark gestiegen sind. Und so hat beim Rebalancing, gibt es auch Backtestings von anderen Plattformen, bei denen bei sowas wirklich hohe Renditen entstehen. Man sieht hier 42% im Plus, hier sieht man aber auch welche Minus. Ist auf jeden Fall spannend. Es gibt auch Phasen, in denen so Rebalancings wirklich gute Gewinne machen im Verhältnis zum nur Halten. Es gibt aber auch Phasen, wo man damit Rebalancing schlechter fährt, gerade wegen den Gebühren. Deshalb ganz wichtig, auch hier solltet ihr euch nur damit beschäftigen, wenn ihr euch irgendwie ein bisschen eingelesen habt und versteht, was da passiert. Das Rebalancing ist Spot, das heißt, da wird kein Hebel benutzt, das heißt, die Coins werden richtig gekauft. Ich finde die Funktion recht spannend und ich werde es auch sicherlich auch mal testen in Zukunft. Vielleicht mache ich auch meinen eigenen Rebalancing-Bot nach eigener Konfiguration und stelle das dann mal ein bisschen vor. Aber heute soll es ja ein bisschen generell geben zum Thema KuCoin und die Plattform mal vorstellen. DCA, das ist im Prinzip ein Bot, der nichts anderes macht als Dollar-Cost-Averaging, das heißt, er kauft sich ein, wenn der Markt fällt und genau, das ist glaube ich im Wesentlichen das. Er verkauft wahrscheinlich dann irgendwann nach einer festgelegten Gewinnmarge. Auch den Bot will ich mal testen irgendwann. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Infinity Grid, Bullish Volatility Killer, habe ich jetzt noch nicht getestet. Auch hier muss man gucken, den gibt es nur auf der KuCoin App. Wie schon gesagt, manche Sachen gibt es nur auf der App. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Macht auf jeden Fall Sinn. Gucken wir mal weiter. Also das sind jetzt nur die Bots, ja, also das ist wirklich krass. Es gibt nämlich noch einen coolen Earn-Teil und auf den kommen wir gleich. Den finde ich mega cool. Dann gibt es eine Futures Classic. Das ist auch ganz witzig. Ihr könnt, das ist quasi klassisches Future Trading mit bis zu einem Hunderterhebel. Da gehe ich jetzt auch nicht so tief drauf ein, weil das solltet ihr wirklich nur machen, wenn ihr euch sowieso mit Futures auskennt und vor allem mit Hebel. Das möchte ich auch gar nicht forcieren, dass ihr das macht, weil es einfach super risky ist. Also das Futures Light ist im Prinzip eine einfache Art, Futures zu handeln. Bedeutet wahrscheinlich dieses Interface ein bisschen einfacher. Future Brawl. Ihr könnt hier halt einfach hier Long und Short gehen. Mehr kann man da nicht. Das heißt, man wählt hier den Hebel und geht Long und Short. Muss ehrlich sein, finde ich ein bisschen arg spielerisch dafür, dass es hier um so viel Geld geht, gerade beim Hebeln. Beim Future Brawl, das ist so eine Art Spiel. Das ist total verrückt. Da könnt ihr quasi gegen andere Leute antreten. Ihr könnt nur Long und Short klicken und dann quasi gewinnen. Also ihr wettet quasi drauf, dass der Kurs steigt oder fällt und dann könnt ihr halt Punkte gewinnen und da könnt ihr gegen andere spielen. Also eins gegen eins gegen andere. Das ist was, das ist wirklich für Zocker. Ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt Leute, die sowas cool finden. Ich mache das jetzt eher nicht so gern. Leverage Token, auch was Cooles. Das gibt es auch bei Plattformen wie zum Beispiel FTX. da habt ihr quasi den Vorteil, die Plattform leveraged für euch, also macht einen Hebel für euch, zum Beispiel hier bei Solana 3X Long. Das bedeutet, die gehen mit einem Kapital dreifach in den Hebel Long, also die Betten auf steigenden Markt, aber die rebalancen. Das bedeutet, wenn der Kurs gegen euch läuft, dann realisieren die teilweise Verluste, um die Liquidation zu verhindern und das spiegelt sich dann halt alles im Kurspreis nieder. Das heißt, ihr könnt Long und auch Short Gain leveraged, ohne dass ihr quasi Gefahr lauft, liquidiert zu werden. Letztendlich ist die Liquidationsgefahr aber nicht 100% ausgeschlossen an der Stelle. Wenn die Börse das Rebalancing nicht schnell genug hinkriegt, bei einem Flash Crash kann trotzdem ein Verlust entstehen. Das heißt, hier ganz arg vorsichtig und nur wirklich wissen, was ihr da tut und wenn ihr sagt, okay, ich finde einen Coin cool, ich will aber nicht Futures Long traden, dann teste ich das mal hier mit den Token. Ich selber nutze die für meinen Bot, aber auf FTX. Also ich mache kein Leverage Token Trading und mein Algorithmus läuft auf FTX wegen der Gebühren, da ist es noch ein bisschen günstiger als bei KuCoin, gerade wenn es um algorithmisches Trading geht. Trotzdem gibt es die Funktion hier, wer also eher auf KuCoin ist und die Funktion nutzen will, jetzt wisst ihr, dass es das gibt. Jetzt kommen wir zu den eigentlich spannenden Themen hier, nämlich zum Beispiel das Thema Crypto Lending. Das ist jetzt zum Beispiel ein Landingprogramm nutzbar für die Leute, die sagen, hey, ich will relativ risikofrei, im Prinzip nahezu risikofrei, meine Coins zu relativ hohen Zinsen verleihen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Silica, habe ich auf dem Account, ich will alle meine Silica verleihen fürs Landing, ich kriege will also Zinsen, wenn jemand meine Coins haben will, um damit zum Beispiel Leverage Trading zu machen. Abgesichert wird es durch die Börse. Ich kann sagen, ich will für 14 Tage das verleihen und dann kann ich sagen, okay, das ist der Zinssatz Period Rate, das heißt, das ist der Zinssatz pro Periode, das heißt, hier werden es 14 Tage, will ich die Zinsen, kann aber auch sagen, ich will mehr Zinsen. Also entweder zahlt mir das jemand, es wird quasi angeboten im Marktplatz oder es zahlt mir halt niemand, dann kriege ich halt auch keine, ja, dann kriege ich halt keine Erträge. Ich kann aber auch hier Autoland aktivieren und dann kümmert sich quasi mit einer Minimumrate, kümmert sich die Plattform darum, den bestmöglichen Preis für mich zu kriegen. So kann ich meine Coins verleihen und eben damit passives Einkommen generieren. Ganz wichtig, KuCoin bietet auch einen Export für die Schnittstelle für zum Beispiel Cointracking, gerade damit ihr diese Einkünfte dann auch sauber versteuern könnt. Ich weiß, jetzt denken die Ersten schon wieder, okay, da kriege ich ja wieder Probleme mit der Steuer, kriegt ihr nicht, ihr müsst eben nur darauf achten, dass ihr das sauber angebt beim Finanzamt. Als nächstes gibt es hier das KuCoin Earn. Würde ich auf jeden Fall vorher angucken, bevor ihr eure Coins ins Lending gebt, weil hier gibt es teilweise auch interessante APRs, also hier für Silica zum Beispiel 11,18% für Staking von Silica, ihr könnt ihr einfach Subscribe klicken, dann könnt ihr sagen, ja, wahrscheinlich reicht es schon, Subscribe, dann sage ich hier All und sage ich Subscribe, das mache ich jetzt, zack und jetzt sind meine Silica im Staking, gucken wir uns das mal an, wie das jetzt aussieht und das ist jetzt im Finance Account und ihr seht jetzt schon das Wallet hier oben, das Finance Wallet ist sozusagen für Staking und jetzt haben wir drei Tage Redemption Period, das bedeutet drei Tage sind die jetzt mindestens gestakt, wenn ich die hier redeemen will, ansonsten kriege ich jetzt halt Zinsen für meine Silica Coins. Coole Sache, so einfach geht es mit einem Knopfdruck, ihr kriegt für eure KuCoin Shares keine großen Renditen hier beim Staking, braucht ihr aber auch nicht, da kommen wir später dazu, es gibt eine coole Funktion für eure KuCoin Shares, wenn ihr KuCoin habt, die einfach zu halten, ich werde da auch mal ein Experiment machen, kommt auch noch auf diesem Kanal und zwar gibt es jetzt noch das, wo ist denn, KCS, genau, KCS Bonus Programm und hier werdet ihr durch das Halten von KuCoin Shares, habt ihr, seht ihr, habe ich auch schon gemacht, werdet ihr quasi belohnt und bekommt einen Anteil an den Gebühren, die die Börse verdient, das heißt im Prinzip so eine Art kleine Teilhaberschaft an den Erträgen von KuCoin, in KuCoin Shares werdet ihr quasi bezahlt, um ein bisschen was mitzuverdienen an dieser Börse, einfach nur mehr als sechs KuCoin Shares halten und dann kriegt ihr jeden Tag eure Rewards und ihr müsst dann irgendwann einloggen und hier Saved Wallet klicken und das war's, dann kriegt ihr eure KuCoin Shares einfach geschenkt von der Plattform, finde ich eine coole Geschichte, die müssen im Main Wallet liegen, auch wichtig und dann müsst ihr sonst nichts weiter tun, einfach nur halten und ihr kriegt eure Rewards. Ihr seht, ich habe da so kleine Rewards bisher bekommen, da werde ich jetzt auch mal bald größere Summen investieren und dann mal so eine Art Testbericht machen, werde ich auch irgendwann durchziehen. Ihr seht, ich habe viel vor, ich denke, das ist eine coole Geschichte. Dann KuCoin Spotlight, auch hier wieder neue Token, die starten, so eine Art Launchpad auf KuCoin, kennen wir zur Zeit von anderen Projekten, mega cool, wer also sowas gern hat, Launchpads, früh in Coins investieren will, hier gibt es immer wieder coole Token-Starts. KuCoin Pool ist für euch nicht so interessant, nur wenn ihr eigene Miner betreibt, da gehe ich jetzt auch nicht sofort drauf ein, nur wenn ihr Mining betreibt und ihr Mining Pool anschließen wollt, könnt ihr hier auf KuCoin Mining, einen Mining Pool rangehen. KuCoin Win, da gehe ich auch nicht so groß ein, weil ich es ein bisschen shady finde, das ist ein bisschen so eine Gewinnspiel-Plattform und ich kann mal drauf eingehen, aber hier kann man so Lotto spielen, ja, ich weiß nicht, habe da auch mal mitgemacht, nicht gewonnen, klar ist Glücksspiel, muss man sich gut überlegen, ob man da seine Coins drin verwettet. Dann Cloud Mining gibt es noch nicht, kommt aber, das heißt, die wollen jetzt auch irgendwie Cloud Mining anbieten, bin mal sehr gespannt, was für Kontrakts sie da anbieten und ob sich das wirklich lohnt. Cloud Mining ist immer so eine Sache, ihr wisst, da ist das Risiko in der Regel beim Kunde und die Mining-Anbieter verdienen, aber zumindest kommt es und die wollen es anbieten, mal gucken, wie gut das Produkt wird im Verhältnis zu anderen. Ich kann auch gerne mal einen Vergleich zum Beispiel zu Hashing24 machen beispielsweise. Und zu guter Letzt, was jetzt neu kommt oder gekommen ist, ist jetzt hier eine NFT-Plattform und zwar der Künstler hier, Picaster hat hier, macht hier so kleine Viecher in NFT und man kann hier verschiedene Eier kaufen und kriegt dann ein Random NFT von diesem Künstler, wie gut es ist oder wie schlecht. Ich bin jetzt nicht zu tief im NFT-Game drin, aber hier kann man eben auch NFT-Collections kaufen, bietet jetzt auf KuCoin eben auch NFTs an. Wer es mag, ich meine, NFTs sind halt einen riesen Hype oder gerade einen riesen Markt. Vielleicht ist das auch die Zukunft. Ich selber kann es nicht einschätzen. Es sind 18.000 verschiedene von diesen Picaster-Viechern und wenn man die halt kauft, ich glaube, 10 Dollar kostet hier so ein kleiner, so ein kleiner oder 30 Dollar kostet hier so ein kleiner Picaster-Ei. Wahrscheinlich muss man halt Glück haben, dass man irgendwie einen coolen bekommt. Da schlüpft dann quasi so ein Viecher und dann hat man eben ein NFT. Man muss wahrscheinlich ein bisschen Glück haben. Jetzt Available Total, also Available keine mehr. Hier schon alle ausverkauft. Ich gucke mal kurz, hier startet die Runde 2, glaube ich, bald. Da lief der Countdown noch. Genau, hier läuft der Countdown noch. Hier sind noch 15.000 Available. Das bedeutet, hier wird es noch bald welche geben. Aber wisst ihr was, für 60 Dollar mache ich das vielleicht sogar. Mal gucken, vielleicht kaufe ich mir da sogar ein kleines NFT von denen. Finde ich eigentlich ganz witzig. So, das war es im Wesentlichen mit meiner KuCoin-Einführung, dass ihr mal seht, was KuCoin bietet. Ich finde die Plattform spannend. Ich nutze selber die Plattform für Altcoins, wie ihr gesehen habt. Und ansonsten finde die Gebühren sind relativ gut. Ja, Einzahlungsgebühren hier bis SEPA 0,1%. Ihr habt verschiedene coole Features, die es bei nicht bei jeder Börse gibt. Und ich muss sagen, ich habe echt Spaß daran, damit zu arbeiten und ich nutze die App auch gern. insofern würde mich jetzt an der Stelle freuen, wenn ihr mir mal sagen würdet, was haltet ihr von der Plattform, wie findet ihr die und dann, genau. Ansonsten machen wir jetzt Folgendes. Abschließend, ich hatte ja bei meinem letzten Video ein Gewinnspiel gesagt, wo ich gesagt habe, 25 Euro in Bitcoin für den, der mein Video kommentiert mit Bitcoin-Adress und das machen wir jetzt, so wie es angekündigt war. Und zwar werde ich jetzt den Comment Picker, YouTube Comment Picker starten und dann werden wir das Video einfügen und dann werden wir sehen, wer gewonnen hat. So, jetzt sind wir hier auf dem Kanal. Ich klicke mal hier drauf. Das ist das Video und jetzt nehme ich hier auf Teilen und dann kopiere ich hier das Video raus, wechsle jetzt auf den Comment Picker, kopiere den hier rein, sage Filter Duplicate Users und dann sage ich, Get Comments, also 25 Unique Comments und hier unten sieht man jetzt Start, Raffle und Pick und jetzt gucken wir mal, wem ich 25 Euro in Bitcoin übertragen darf und start. Also, super interessantes Video, danke dafür, super, also Ex-Max, bitte melde dich bei mir unter info at provimedia.de einfach auf Kryptomagazin im Impressum gucken, kurz eine E-Mail schreiben, dann verifizieren wir kurz deinen Kommentar, da ist leider keine Bitcoin-Adresse drunter angegeben, das heißt, einfach kurz Bescheid sagen und dann kriegst du von mir 25 Euro in Bitcoin, schickst mir deine Bitcoin-Adresse und dann legen wir los. Herzlichen Glückwunsch, super. Das war es auch schon mit dem heutigen Video, vielen Dank für eure Zeit und bin mal sehr gespannt auch, wir machen noch einen schönen Artikel zu dem Video, dass ihr die Sachen auch nochmal alle nachlesen könnt und strukturiert für euch zum Durchlesen habt. Alles Gute, bis dann, euer Alex. Bis zum nächsten Mal.